Gio, rechts rum, ich hier links rum. Pass oben auf, oben in der Ecke wieder, ne? Mhm. Scheint jetzt grad keiner zu sein, glaube ich. Ne. Alles cool. Ich höre einen. Die kommen. Links. Probier aus. Hm. Ich kann dir jetzt nie von links Deckung geben, ne? Passt du, wenn es geht, den Durchgang da auf. Passt du rechts oben, bist du mit auf. Links. Ja, links ein und rechts oben, haus. Haus? Wir sterben, scheiß raus. Steck. Oh shit! Get ready, get ready! Waaaah. Boah! Yes! Alter! Fuck man! anke Gut abgelenkt hab ich ihn doch. Nein, ich wollte einen Zeusen. Alter, in mir hängt ein Messer. Lass sie kommen, ich hör sie. Siehst du das? Nein. Kick me. Nö. Achtung. Ups! Außer den Geschossen. Oh, das war nichts wahr. Wolle, ich komm dir nichts an. Ich verstehe nicht bei der Nora. Scheiße. Was passiert, ne? Das ist Stealth Operation, Alter. Stealth Operation. Die kommen aber auch. Bei der Vanala. Ui. Wo sind die, Alter? Bei dir also? Ja. Ich bin durchgerusht. Ich glaub grad Mitte. Oh, von hinten. Oh, von hinten. Oh. Oh mein Gott. Oh, Alter. Scheiße. Ich hab nichts mehr halt. Ich hab nichts mehr halt. Oh shit. Das geht mit dir. Waschbein. Ja, genau. Insetten, Hedda. Lächle dich. Nice. Tundle über die P90. Tobi. 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 Aaaaaaaaaaa. Haha. What the fuck? Nein! Oh shit, das war ne Fehlgranate. Upsi! Upsi! Er macht AD nicht. Oder er macht... Oder er macht es doch, Alter. Wenn er das jetzt auch noch holt, dann lutsche ich mir die Eier. Alter! Alter! Holst du beide? Nice! Den hab ich gar nicht gesehen, den anderen, aber passt schon. Alter, nice, haben wir noch geholt. Also... Genau! What the fuck? Hast du das gesehen, Alter? Oh mein Gott! Alter! T-Bitten, Tobi! Oh! Ja! Ich geh da nicht rein! Ich geh da nicht rein! Warum nicht? Ich geh da nicht rein! Ich geh da nicht rein! Ich geh da nicht rein! Meine Fresse! Das war grad eben von uns beiden, das war wie aus dem Lehrbuch. Ich geh da nicht rein! Ich geh da nicht rein! Okay, ich wasch da jetzt doch nicht rein! Ich hab Angst! Ich seh nichts! Oh shit! Oh shit! Ah! Ich brenne! Alter! Bist du tot? Nein! Ja dann komm hier hin! Was smoken die denn alle? Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Ich hab Plan! Ah Mist! Ich hab keine Muni mehr! Scheiße Oh Gott, und HP hab ich auch nicht mehr Der Bolz Du Assi Was denn mit den Kill? Oh, 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 nicht schon wieder Von wo? Das Feuer breitet sich aus, Alter Was ist das für ein Scheiß Der Tong sollte nicht so brennen, wie er hier brennt Oh, das Jahwe Oh, shit Bitte nicht schon wieder Alter, die P90 ist ab, Alter Alter Wie geht die Schüsse? Feuer, Feuer Ich war eben auch in Flammen Das Spray and Pray, ohne Witz Oh, shit Da ist die AWP gewesen Oh, shit Oh, shit Mal vorflaschen Oh, shit Oh, shit Jetzt gib ihm no Scope Hahahaha Hahahaha Nice First kill mit einer Granate, ne Kann man mal machen What the fuck, wo denn? Ach, da hinten in der Ecke ist der noch Wo, 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 wo? Nach dem Spawn Ich hab mich grad voll erschrocken, Alter Aua, Alter Ich hab doch 1% Leben, Mann Alleine bei A, ich brauch Hilfe Polo 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 Scheiße, Alter Ja, nein Fuck Wo war der? Ja, gegenüber direkt Nein Das wird ein spannendes Battle, du Oh, da kommt noch jemand her Bei geruscht Uuuuuh, er wurde direkt Ich smacked, Alter Ja, das kommt da rein Jetzt renn durch Das sind 3 Leute insgesamt 4 Leute Okay Lauf hinten rum Tu dir das nicht an Oh, scheiße Ach, scheiß drauf an Ich starten 4, 5 Leute Hahahaha Alter, wie? Fuck Oh Bär steht in Nova Interessant Wie sind da alle Geiern, Alter Ohne Witz Was ist denn mit denen? Okay, du bist gefickt Alter Übertreib halt Übertreib halt